Ja Leute, willkommen zu einem neuen Video von FM093.1 Diesmal geht es darum, dass ich wahrscheinlich nächsten Samstag ein Community-Zocken mit euch plane. Es gibt halt eine Bedingung, ihr müsst ein Xbox haben oder halt online, also Gold, die Gold-Mitgliedschaft haben. Tja, ist halt so, PC ist zu schlecht, um darauf noch zu spielen. Also, wie gesagt, wir müssen ein Xbox haben. Und die Vorschläge, also ihr könnt nicht kommentieren, ich schreibe einfach die Spiele in die Kommentare und dann stimmt ihr ab mit den Daumen, neben den Kommentaren. Also, es wird auf jeden Fall dabei sein, Halo, Battlefield 3, Bad Company 2, PS 2012, Crysis 2, GoldenEye. Also, ich mache einfach fast alle Spiele, die man online spielen kann, die ich habe, werde ich in die Beschreibung, äh, nicht in die Beschreibung, in die Kommentare tun. Und es ist halt wichtig, dass ihr abstimmt mit den Däumchen und das, was ihr am meisten habt, wird dann am Wochenende, Samstagabend, irgendwann mit euch gezockt. Ähm, ja, wie ich das dann genau organisiere, das kläre ich noch und, ja, entscheidet einfach in den Kommentaren und Bayern hat gewonnen gegen Stuttgart. Bam, bam, auf Wiedersehen.